So. Ja, Frau Müller braucht nen Schrittmacher, ihr wisst, es läuft darauf hinaus, die S.O.P. ist noch nicht raus. Wäre der Notarzt jetzt schon da, ja, das wäre wunderbar, doch alles, was uns gerade bleibt, ist hoffen, dass die Zeit noch reicht. Sie braucht jetzt Abtruppin und noch Subra, wenn die noch geben dürfen, das darf ich nicht. Mein Gewissen plagt mich sehr, so geht es hin und her, stütze rein oder nicht, denn das ist doch meine Pflicht. Ach, wie wäre das so schön, doch Karo hier zu sehen, dabei hab ich das Know-how, das interessiert nur keine Sache. Meine Diskussionen helfen nicht jetzt und auch nicht später, es braucht abgesicherte Notfallsanitäter. Hashtag Krankenwagenbelademeister.